Ich find den nicht. Ich hör' keinen Hartschlag. Es schaut so lustig aus, wie der Clown herumläuft. Was? Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Ah! 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 Und damit selbst eine Lohnsern, Runde. Ah! Sollhand! Jokele! Und den Kenny! Guten Tag! Und mir! Der Papa kommt. Oh Gott, hoch, Alter! Mist, jetzt hat jeder das Passwort gesehen. Das sind meine ersten Schritte in dieses Spiel. Aber ich hab's woanders gesehen und fand's super witzig. Dann hab ich mal die beiden Doubles. Davon überzeugt sich das auch, unterzuladen. Dann haben sie's sogar vor mir gemacht. Ja, so sieht's aus. Und jetzt? Müssen wir uns verstecken, bevor der Böse Kenny kommt. Nee, bevor Joker kommt. Ah, okay. Ich hab mich aus Versehen gleich mal in was Falsches teleportiert. Wie kann ich mich denn woanders rein teleportieren? Ähm, ich glaub mit E gehst du da wieder raus. Mit E, okay. Haha, hier findest du mich niemals. Leider hab ich hier keine Übersicht, ob er reingekommt oder nicht. Hm. Hm. Oh, Pizza bestellt? Ja, wer hier? Keiner? Okay. Wie unterdrückt man den Herzschlag? Mit Kuh. Mit Kuh, okay. Aber der Herzschlag wird nur zwei Sekunden unterbunden und dann muss ich das erst wieder aufladen. Okay, mhm. Ich bin aber gespannt. Ah! Verdammt. Das war nur eins. Du kannst dich halt auch bewegen, weil du Objekt bist. Ja. Nicht schlecht, Kenny, oder? Ja. Ja. Das schaut so lustig aus. Wie der Clown herumläuft. Was? Sowas gibt es eben auch als Prop Hunt. Aber ich gebe es noch. Halt mal mehr Leveln und so. Ja. Dies war Asi. Ja. Verdammt, ey. Warum hast du mich da oben in dem Schrank gefunden, Mann? Ich musste extra euch als Tasse verkleinen, um dann auf diese Krampfliege zu springen, von dort aus auf diese Spüle und dann in den Schrank hoch. Ja. Ist euch aufgefallen, dass ich viel herumgewütet bin? Ein bisschen. Ja, wirklich. Der Getränkautomat zum Beispiel. Ja, sehr schön. Kannst du Spectator eigentlich überall herumlaufen, Kenny und dir die ganze Map anschauen? Ja. Okay. Das ist ganz nice. Ich kann aber auch nur auf dich zoomen oder nur bei Jokere. Also Q ist der Headshot unterdrücken oder hören? Bei dir, in dem Fall, wenn du jetzt der Gegenstand bist, ist es unterdrücken. Ist Q, okay. Und R ist was? R ist, du kannst den Gegenstand entweder festsetzen, dann kannst du dich umschauen, ohne dass sich der Gegenstand bewegt. Oder wenn du es nochmal drückst, dann kannst du dich als Gegenstand wieder bewegen. Ah, okay. Und E ist halt den nächsten, du musst halt den Gegenstand anvisieren und kannst damit E in den nächsten Gegenstand reinspringen. Mhm. Ja. Ich find den nicht. Ich hör keinen Hartschlag. Das geht doch nicht, ja. Ja. Man darf ja gar nicht so viel sagen. Das ist echt lustig. Kann man denn deine Aufnahme anschauen? Spiel das erste Mal und zieht mich gleich ab hier, ey. Ach, könnte man sogar Wort 40 nehmen, da schmeißt er die Trage um. Weg mit der Trage. Na ja, bei uns als Suchender hast du noch, du startest uns mit 100 HP und jedes Mal, weil wenn du auf einen Gegenstand schießt, wenn kein Versteck da ist, dann kriegst du 2 HP abgezogen, weil nachher bei 0 ist das Läuft verloren. Das ist auch so ein Hinweis, manche Gegenstände haben mehr HP als ein einfaches Blutpäckchen hier, wo Doku da gerade ist, daran kannst du dich dann auch als Suche orientieren, dass wenn du auf irgendwas schießt, hätte ich es leichter, aber davon sieht man mich leichter. Ja, man zieht dich halt eher, aber du hältst halt ein bisschen mehr aus, aber das macht halt nicht viel aus. Boah, das war so knapp, da ist der Schmarrer oben drauf. Ey, nicht ein einziges Mal, aber irgendwie durch Dings aufgefallen. Also, das war so. Das war so. Oh, das Ende war knapp. Weißt du, wo ich drin war? Joker, ja oder? Hast du gesehen? Ja. 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 Ah, der Check ist auch nicht, ne? Check! Warte mal, ähm. Kann ich dir in den Optionen vielleicht den Sound noch ein bisschen rauf stellen? Ist eigentlich alles auf 100 Prozent. und wird dann alles wieder aufgestellt am Ende von der Runde. Ja. Ja. Das heißt, wenn da jetzt was umgeschmissen ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr in der Nier seid. Vielleicht. Uhu! Na, nein, nein, nein. Das sagste nur so. Kann man das sonst irgendwie rausfinden? Also indem man zum Beispiel Dinge umschmeißt und dann ist die Wahrscheinlichkeit und dann merkt man, dass jemand in der Dinge drinnen war oder nicht? Nö. Ok. Servus. Servus. Guck zuhause, wie komme ich denn in der Aufnahme? Hä? 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 Sowlhand! bin ich jetzt reingeplatzt ein bisschen aber du kannst da mitspielen na heute nicht mehr was was das liebe Leute ist der Jake die grüße grüße ich schick dir heute und morgen arbeiten doch das steht normalerweise nicht hier das ist ein cool versammeln mit dem Herzschlag das setzt sich mal wieder auf achso ja alles klar aber interessant dass er die Map schon so gut kennt dass er dann weiß ja da steht sonst nicht da das habe ich gerade gesehen oder was sag doch was ne aber die Aussage dass du wahrscheinlich schon das Video was du uns jetzt gezeigt hast so studiert hast das wo was steht ne ich hab mir jetzt einfach nur gedacht das sieht nicht so aus als würde es daher gehören vielleicht gehört es eh daher keine ahnung aha aber wir uns hinter das Licht führen richtig das sah so aus was wird es nicht daher können verarscht mich doch nicht ey nein also du warst eh mal in dem äh in dem ähm Dingsraum bin zweimal an dir vorbeigelaufen ok einmal war ich im Wesen und wir an Herzschlag gehört da dachte ich ihr seid in der Nähe ich hab in der Nähe von dir die Kürzen gemacht oh ok Ficker so 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 da gibt es eine alpha zum runterladen gratis geht relativ schnell zum runterladen und das joinen klappt auch super mal angucken also heute morgen nicht aber nicht im dienstag ok wo war der stuhl na fuck ich wollte doch switchen aber das ging nicht mehr mehr wieso kann man denn nicht mehr switchen musst du auch nur den gegenstand ziehen ja das habe ich versuchte aber vielleicht war ich zu weit weg choco bist du da wo du gerade eben warst das sag ich dir doch nicht jetzt weiß ich jedenfalls wo du bist aber guck mal auf dem bittschirm kenny jetzt weißt du wo es wirklich zu weinen hat das ist der solar und der blue screen ist ja der tollpatschige clown ich glaube nicht dass das besser wird wenn ich hier weiter rumlaufe jetzt musst du aber eh mal nicht kassiert haben oder von von den ganzen von den lebenspunkten her ja ich bin runter auf 66 ne hier ist er nicht da muss anders sein weil du hast ja alles bevor jetzt in meiner umgebung da kann er noch ein paar mal eindreschen da kann er noch nicht da kann er noch nicht Ich dachte echt, er hat dich. Sag doch nicht noch sowas, ey. Bist du denn irre? Ein bisschen Spannung reinbringen, wir haben nur noch 36. Bist du irre? Wie er mal auf den Boden guckt, der depressive Clown. So versteckt sich der Joker, also okay. Boah, war das viel Glück, ey. Das war aber echt knapp, ey. Ich dachte, er sieht dich, wenn du dich bewegt hast. Dieses gelbe Ding da, dieses Wegrutsch-Teil. War ich zuerst hinter der Tür stand, da hast du irgendwo einen Profi. Achtung, Rutschiefer. Ja, Achtung, Rutschiefer.